Dem kleinen Mädchen, was damals den Text gesprochen hat, habt ihr euch einen erwachsenen Kerl geholt, den Bernd. Das ist ein Sprecher, den kennt ihr vielleicht auch aus dem Rundfunk. Und die ersten 40 Sekunden des nächsten Titels, da braucht ihr nicht denken, dass Nick jetzt keine Lust hat zu singen, sondern die ersten 40 Sekunden kann man jetzt nicht singen, weil die ersten 40 Sekunden des Titels übernimmt der Bernd. Der erzählt nämlich eine Geschichte zu diesem Titel und dann geht richtig die Luzi ab. Genau. Soll man das verraten, wie der heißt? Du verrätst es, ich gehe schon mal ans Pult. Also, sie ist definitiv mit drauf, die Legende vom Schneeweißen Schloss. Hört einfach rein, auf geht's. Das ist die Legende vom Schneeweißen Schloss. Von der verbotenen Liebe des Prinzen zu einem einfachen Mädchen aus dem Volk. Für ihre Liebe hätte er alles aufgenommen. Doch als er zu ihr kam, um für immer bei dir zu bleiben, hat er sich verschwunden. Und so nahm er sich aus Taubigkeit das Leben. Doch alle hundert Jahre fanden sich beide vereint wieder, um für eine Macht zusammen zu sein. So, auf geht's. Die Legende vom Schneeweißen Schloss. Sie erzählt von einem Mädchen und den Prinzen auf dem Volk. Von der Liebe, die für alle Zeit für sie verboten braucht. Doch alle hundert Jahre sind sie, siehst du so weit. Und so, auf geht's. Und so, auf geht's. Und so, auf geht's. Es kam ihm vorab, als windete ihn von oben immer zu Und der Wind erschien zu flüstern, hallo drüht Die Legende vom schneeweißen Schloss Sie erzählen ein Mädchen Rote Bremsen auf dem Ost Von der Liebe, die für alle Zeit für sie verboten war Doch alle hunderd Jahre sind sie fest so stark Die Geschichte geht weiter Die Legende vom schneeweißen Schloss Sie wird immer noch erzählt Weil sie einfach weiter blüht muss Ein verdientes Herzhung Ob du auch bist Oder du auch bist Die Legende vom schneeweißen Schloss Sie erzählen ein Mädchen Rote Bremsen auf dem Ost Von der Liebe, die für alle Zeit für sie verboten war Doch alle hunderd Jahre sind sie sich so nah Vielen Dank, danke, dass ich hier sein durfte Und wie gesagt, der Titel, den Sie gerade gehört haben Der Stern in der Version 2017 Alles auf der neuen CD drauf Gibt es hier 1299 30 Stück sind da Wenn die alle sind, sind sie alle Ab morgen offiziell im Handel Genau, weißt du, was eigentlich Das heute eigentlich Doppelpremiere ist? Ja Deswegen bin ich auch so aufgeregt Ich singe alle Titel Oder beziehungsweise die neuen Titel Heute zum ersten Mal Ich hatte bis heute Verbot von der Plattenfirma Auf irgendeinem Auftritt die Songs zu singen Also Andreas, du hast es jetzt heute zum ersten Mal gehört Wenn jetzt der Chef zuhört Oder zusätzlich irgendwo Heute habe ich sie zum ersten Mal gesungen Und dafür Dankeschön Danke, dass ich hier sein durfte Ja, volles Haus Du wirst hier jetzt vier Zeit nehmen für die Autogramme Das heißt, wir haben ja diesen wunderbaren Stetisch Du wirst in dem Stetisch stehen Das sagt der Name Und die CD gibt es hier Autogrammkarten Die CD wird signiert Denken Sie dran, Weihnachten steht vor der Tür Man lacht drüber Das ist wirklich so Und schreibst da drauf, frohe Weihnachten Das ist gar kein Problem Ich schreibe alles drauf Wie gesagt, es sind schöne Bilder drin Ist ein ganz, ganz langer Text drin Also viel zu lesen auch So, und die Fotos machen wir im Anschluss Also erste Autogrammstunde Und wenn alles erledigt ist Nehmen wir den Tisch weg Dann machen wir für unsere großen Rückwand Noch schöne Erinnerungsfotos Das machen wir Also ich sie gewagt heute auch zum ersten Mal Also sie ist ja sensationell Oder was sagt ihr? Hier muss ich morgen nochmal nachrasieren Und dann passt das Ich glaube am letzten Tag werde ich diese Wand versteigern Mit Unterschrift drauf Also passt gut rein im Schlafzimmer Okay Bei mir im Schlafzimmer War es das gut rein? Ja, das stimmt So, okay Dankeschön Eiche Wir sehen uns jetzt hier Übrigens Nick ist nochmal in Berlin Nick ist in Berlin Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag Donnerstag in Berlin-Spandau Kommen Sie vorbei Wir wechseln immer mal die Titel Stern gibt es immer Den letzten Titel auch Ansonsten wird immer mal wieder gewechselt Nächste Woche Spandau Vielleicht sehen wir uns Genau Es sind 14 Töre da drauf Alle konnten wir nicht machen Dann wäre die Zeit nicht für den Zug zu nah Seid ihr wollt noch eine Zugabe? Ja Danke